Wir lernen Diktate schreiben. Vorkurs 1 Erstens. Hören Sie folgende Wörter und schreiben Sie die Wörter. Jedes Wort wird zweimal gelesen. Erstens. Bitte. Bitte. Dia. Dia. Kino. Kino. Mutti. Neiden. Pute. Kamm. Kamm. Buna. Buna. Kneipe. Kneipe. Zweitens. Nun. Nun. Päin. Kuhn. Pein. Pein. Diktat. Diktat. Beige. 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 Miene Nippen Matt Dabei Panne Gattin Gattin Zweitens. Hören Sie folgende Texte. Tragen Sie die Wortgrenzen ein. Beispiel. Ich heiße Monika Eule. Text 1. Guten Tag, Anita. Das ist Gaby Kittmann. Guten Tag, Frau Kittmann. Ich bin Anita Kuhn. Und wer ist das, Anita? Das ist Herr Bam. Guten Morgen. Ich heiße Hans Bam. Text 1 Das ist Text 2 Text 2 Text 2 Wie heißt das hier auf Deutsch, Peter? Das heißt Computer. Und was heißt Bild auf Chinesisch? Bild auf Chinesisch, Limin? Tupien Wie bitte? Tupien Text 2 Wie heißt das hier auf Deutsch, Peter? Das heißt Computer. Und was heißt Bild auf Chinesisch, Limin? Tupien Wie bitte? Tupien Wie bitte? Tupien Vorkurs 2 Vorkurs 2 Feder 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 Laufen 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 Fette 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 Last 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 Rede 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 Fette Teller 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 Suppe 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 Wissen 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 Zone 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 Rolle 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 Zweitens Sinn 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 Mäht 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 Zimmer Zimmer Lohre Lore 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 Reise 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 Weiter Weiter Zettel 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 Leder 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 Figur Figur Lamm 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 Zweitens Hören Sie folgende Texte und ergänzen sie. Text 1 Hallo Hans, wie geht es dir? Danke, gut. Danke, gut. Und dir, Anita? Es geht so. Das ist Gaoshan aus Beijing. Es geht so. Das ist Gaoshan. ist Gaoshan aus Beijing. Guten Tag, Frau Shan. Nein, ich bin nicht Frau Shan. Ich bin Frau Gao. Oh, Verzeihung. Text 1 Hallo Hans, wie geht es dir? Danke, gut. Und dir, Anita? Es geht so. Das ist Gaoshan aus Beijing. Guten Tag, Frau Shan. Nein, ich bin nicht Frau Shan. Ich bin Frau Gao. Oh, Verzeihung. Text 2 Guten Abend. Sind Sie Li Hua? Nein, mein Name ist Li Hai. Oh, Entschuldigung. Bitte. Und das ist Li Hua. Guten Abend, Herr Li. Ich heiße Dora Kant. Guten Abend, Frau Kant. Text 2 Text 2 Guten Abend. Sind Sie Li Hua? Ich heiße Dora Kant. Guten Abend, Frau Kant. Text 2 Guten Abend, sind Sie Li Hua? Nein, mein Name ist Li Hai. Oh, Entschuldigung. Bitte, und das ist Li Hua. Guten Abend, Herr Li. Ich heiße Dora Kant. Guten Abend, Frau Kant. Vorkurs 3 Erstens, hören Sie folgende Wörter und schreiben Sie die Wörter. Erstens, Möbel, Möbel. Rechnen, Rechnen. Feuer, Feuer. Öfter, Öfter. Löcher, Löcher. Eurige, Eurige. Zeichnen, Zeichnen. Rössel, Rössel. Wörter, Wörter. Hölle, Hölle. Zweitens, Keuchen. Keuchen, Keuchen. Jener, Jener. Schweigen, Schweigen. Spinnen, Spinnen. Strafen, Strafen. Jagen, Jagen. Jagen, Jagen. Eichen, Eichen. Zweitens, hören Sie folgende Texte und ergänzen Sie. Text 1 Hallo, Stefan. Hallo, Stefan. Das ist Frau Liang. Guten Tag, Frau Liang. Kommen Sie aus Beijing? Nein, aus Nanjing. Woher kommen Sie? Aus Berlin. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin. Frau Liang. Frau Liang, ich habe eine Frage. Was heißt Internet auf Chinesisch, bitte? Interwang. Danke. Bitte, sind Sie auch Lehrer? Nein, ich bin Student. Text 1 Hallo, Stefan. Das ist Frau Liang. Guten Tag, Frau Liang. Kommen Sie aus Beijing? Nein, aus Nanjing. Woher kommen Sie? Aus Berlin. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin. Frau Liang, ich habe eine Frage. Danke. Was heißt Internet auf Chinesisch, bitte? Interwang. Danke. Bitte, sind Sie auch Lehrer? Nein, ich bin Student. Text 1 Hallo, Stefan. Das ist Frau Liang. Text 2 going left. Ā Terroriksong. Gast, ich bin Student. Text 2 Wer kommt aus Hamburg und ist Lehrer? Andreas Baumann? Nein, Andreas Baumann kommt aus Hamburg. Aber er ist nicht Lehrer. Er ist Student. Udo Späth? Nein, Udo Späth kommt nicht aus Hamburg. Er kommt aus Frankfurt. Dieter Meier? Nein, nicht Dieter Meier. Es ist Peter Meier. Text 2 Wer kommt aus Hamburg und ist Lehrer? Andreas Baumann? Nein, Andreas Baumann kommt aus Hamburg. Aber er ist nicht Lehrer. Er ist Student. Udo Späth? Nein, Udo Späth kommt nicht aus Hamburg. Er kommt aus Frankfurt. Dieter Meier? Nein, nicht Dieter Meier. Es ist Peter Meier. Text 2 Text 2 Wer kommt aus Hamburg und ist Lehrer? Andreas Baumann? Nein, Andreas Baumann kommt aus Hamburg. Aber er ist nicht Lehrer. Er ist Student. Udo Späth? Nein, Udo Späth kommt nicht aus Hamburg. Er kommt aus Frankfurt. Dieter Meier? Nein, nicht Dieter Meier. Es ist Peter Meier. Vorkurs 4 1. Hören Sie folgende Wörter und schreiben Sie die Wörter. 1. Üben Üben Lang Sinken Sinken Pflegen Quatsch Quatsch Nacht 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 Topf Topf Trinken Trinken Angst Angst Müde Müde Zweitens Auch 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 Bequem 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 Opfer 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 Klinke 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 Englisch 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 Brüder Brüder Fach 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 Sprung Sprung Türke Türke Machen Machen Zweitens Hören Sie folgende Texte und ergänzen Sie. Text 1 Text 1 Mein Name ist Bernd Kramer. Ich komme aus Düsseldorf. Ich bin Nichtstudent. Ich bin Englischlehrer. Meine Adresse ist untere Neckarstraße 21 69117 Heidelberg. Meine Telefonnummer ist 0622116 Sie kommt aus Hamburg. Sie ist Studentin. Ihre Adresse ist Hohlweg 24 45 147 Essen. Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich weiß nicht. Text 1 Mein Name ist Bernd Kramer. Ich komme aus Düsseldorf. Ich bin nicht Student. Ich bin Englischlehrer. Meine Adresse ist untere Neckarstraße 21 69117 Heidelberg. Meine Telefonnummer ist 06227 Heidelberg. 6 2 2 2 1 1 6 7 0 7 9 Ihr Name ist Vera Schmidt. Sie kommt aus Hamburg. Sie ist Studentin. Ihre Adresse ist Hohlweg 24 24 45 147 Essen. Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich weiß nicht. Text 1 Mein Name ist Bernd Kramer. Ich komme aus Düsseldorf. Ich bin nicht Student. Ich bin Englischlehrer. 8 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 Ihre Adresse ist Hohlweg 24 45 147, Essen. Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich weiß nicht. Text 2 Frau Meier, wie ist bitte die Adresse von Herrn Dimitri Allazas? Dimitri Allazas? Die Adresse ist Steinstraße 16, 531 75 Bonn. Danke. Und bitte auch die Adresse von Paula Miel. Moment. Frau Paula Miel wohnt in 89 431 Bechingen, Bauerstraße 56. Danke, Frau Meier. Ach, und bitte auch noch die Adresse von Herrn Frank Theissen. Eichenweg 42 32 756 Detmold. Detmold? Bitte buchstabieren Sie. D-E-T-M-O-L-D. Text 2 Frau Meier, wie ist bitte die Adresse von Herrn Dimitri Allazas? Dimitri Allazas? Die Adresse ist Steinstraße 16, 531 75 Bonn. Danke. Und bitte auch die Adresse von Paula Miel. Moment. Frau Paula Miel wohnt in 89 431 Bechingen, Bauerstraße 56. Danke, Frau Meier. Ach, und bitte auch noch die Adresse von Herrn Frank Theissen. Eichenweg 42 32 756 Detmold. Detmold? Bitte buchstabieren Sie. D-E-T-M-O-L-D. Text 2 Frau Meier, wie ist bitte die Adresse von Herrn Dimitri Allazas? Dimitri Allazas? Die Adresse ist Steinstraße 16, 531 75 Bonn. Danke. Und bitte auch die Adresse von Paula Miel. Moment. Frau Paula Miel wohnt in 89 431 Bechingen, Bauerstraße 56. Danke, Frau Meier. Ach, und bitte auch noch die Adresse von Herrn Frank Theissen. Eichenweg 42 32 756 Detmold. Detmold? Bitte buchstabieren Sie. D-E-T-M-O-L-D. Musik Vorkurs 5 Hören Sie folgende Wörter und schreiben Sie die Wörter. 1. Prüfung Brust Treu Drüben Kraft Kraft Greifen Greifen Freuen Freuen Platte Platte Blase Blase Klein Klein Zweitens Glut 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 Flasche 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 Knoten 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 Grün 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 Schrift 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 Schlimm Schlimm Schmock 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 Schneider, Schneider, Stein, Stein, Spur, Spur. Zweitens. Hören Sie folgende Texte und ergänzen sie. Text 1. Robert hat Fragen. Robert kommt aus England. Er hat viele Fragen. Ist das eine Landkarte? Nein, das ist eine Kamera. Ist das ein Kugelschreiber? Nein, das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist eine Tür. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Heft. Heißt das auf Deutsch Uhr oder Lampe? Das heißt Lampe. Wie bitte? Lampe. L-A-M-P-E. Text 1. Robert hat Fragen. Robert kommt aus England. Er hat viele Fragen. Ist das eine Landkarte? Ist das eine Landkarte? Nein, das ist eine Kamera. Ist das ein Kugelschreiber? Nein, das ist ein Bleistift. Das heißt Heft. Was ist das? Was ist das? Das ist eine Tür. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Heft. Heft. Heißt das auf Deutsch Uhr oder Lampe? Das heißt Lampe. Wie bitte? Lampe. Lampe. L-A-M-P-E. Text 1. Robert hat Fragen. Robert kommt aus England. Er hat viele Fragen. Was ist das? Ist das eine Landkarte? Nein, das ist eine Kamera. Ist das ein Kugelschreiber? Nein, das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist eine Tür. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Heft. Heißt das auf Deutsch Uhr oder Lampe? Das heißt Lampe. Das heißt Lampe. Wie bitte? Lampe. L-A-M-P-E. Text 2. Wer ist das? Jutta hat auch Fragen. Hans antwortet auf die Fragen. Wer ist das? Das ist Else. Woher kommt sie? Sie kommt aus Wien. Wo wohnt sie jetzt? Sie wohnt jetzt in Leipzig. Wie ist ihre Handynummer? Ihre Handynummer ist 139 751336. Wer ist das? Das ist Tom aus London. Hat er E-Mail? Nein, er hat nur Handy. Text 2. Text 3. Wer ist das? Wer ist das? Jutta hat auch Fragen. Hans antwortet auf die Fragen. Wer ist das? Das ist Else. Woher kommt sie? Sie kommt aus Wien. Wo wohnt sie jetzt? Wo wohnt sie jetzt? Sie wohnt jetzt in Leipzig. Sie wohnt jetzt in Leipzig. Wie ist ihre Handynummer? Ihre Handynummer ist 139 751336. Wer ist das? Das ist Tom aus London. Hat er E-Mail? Nein, er hat nur Handy. Text 2. Wer ist das? Jutta hat auch Fragen. Hans antwortet auf die Fragen. Wer ist das? Das ist Else. Wer ist das? Das ist Tom aus London. Hat er E-Mail? Nein, er hat nur Handy. Vorkurs 6. Hören Sie folgende Wörter und schreiben Sie die Wörter. Erstens. Bram. 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 Schminke. Schminke. Trödel. Trödel. Drama. Drama. Krank. Krank. Grillen. 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 Frost. Frost. Pleite. Pleite. Stau. Stau. Glimmen. Glimmen. Zweitens. Klau. 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 Fluch. Fluch. Knopf. 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 Bremse. 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 Schlank. Schlank. Presse. Presse. Schnappen. Schnappen Blank Sprechen Trio Zweitens, hören Sie folgende Texte und schreiben Sie die Texte. Text 1 Das ist ein Foto. Das sind Uta, Hans und Frau Baumann. Uta und Hans sind Studenten. Uta ist aus Holland und 18 Jahre alt. Hans kommt aus Wien und ist 19. Sie studieren in Berlin Musik. Sie sind Studienkollegen. Frau Baumann ist ihre Lehrerin. Text 1 Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Punkt. Da sind Uta, Hans und Frau Baumann. Punkt. Uta und Hans sind Studenten. Punkt. Uta ist aus Holland und 18 Jahre alt. Punkt. Hans kommt aus Wien und ist 19. Punkt. Sie studieren in Berlin Musik. Punkt. Sie sind Studienkollegen. Punkt. Sie sind Studienkollegen. Punkt. Frau Baumann ist ihre Lehrerin. Punkt. Text 1 Text 1 Das ist ein Foto. Das sind Uta, Hans und Frau Baumann. Uta und Hans sind Studenten. Uta ist aus Holland und 18 Jahre alt. Hans kommt aus Wien und ist 19 Jahre alt. Hans kommt aus Wien und ist 19 Jahre alt. Sie studieren in Berlin Musik. Sie sind Studienkollegen. Frau Baumann ist ihre Lehrerin. Text 2 Familie Fischer Das ist die Donaustraße 35. Hier wohnt Familie Fischer. Herr Fischer ist 61 Jahre alt. Er ist Techniker. Seine Frau ist 54. Sie ist Sekretärin. Aber jetzt ist sie Hausfrau. Herr und Frau Fischer haben zwei Töchter. Petra ist Dolmetscherin in Hamburg. Jutta ist 16. Sie lernt Englisch in London. Text 2 Familie Fischer Familie Fischer Das ist die Donaustraße 35. Punkt. Hier wohnt Familie Fischer. Punkt. Text 3 Herr Fischer Herr Fischer ist 61 Jahre alt. Punkt. Er ist Techniker. Punkt. Seine Frau ist 54. Punkt. Seine Frau ist 54. Punkt. Sie ist Sekretärin. Punkt. Aber jetzt ist sie Hausfrau. Punkt. Herr und Frau Fischer haben zwei Töchter. Petra ist Dolmetscherin in Hamburg. Jutta ist 16. Sie lernt Englisch in London. Text 2 Familie Fischer. Das ist die Donaustraße 35. Hier wohnt Familie Fischer. Herr Fischer ist 61 Jahre alt. Er ist Techniker. Seine Frau ist 54. Sie ist Sekretärin. Aber jetzt ist sie Hausfrau. Herr und Frau Fischer haben zwei Töchter. Petra ist Dolmetscherin in Hamburg. Jutta ist 16. Sie lernt Englisch in London. Musik 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 Musik